Das ist immer eine Terrasse. Der ganze Party drauf machen. Das ist immer ein Schwerster. Das ist immer eine große Fass. Das ist immer ein Schwerster. Die Schwerster sind immer wieder. Das ist immer eine große Fass. Das ist genau der Spurmarken. Das ist ein bisschen zu dieser Gnade. Die hat doch auch schon mal gesehen. Die hab ich auf Video auch schon mal gesehen. Das hat doch schon was, ne? Das ganze Bild. Das ist ganz geil, ne? Ja, voll elektrisch. Ach ja, der Wagen übrigens hat auch einen Querverkehrswarner. Der hat anzeigt von rechts oder links, was du bei manchen Autos noch nicht mal einen Zusatz bekommst. Und wie gesagt, komplett aus Holzkirche. Das ist der Grund, warum ich ganz gerne mal abseits der Straßen fahre, weil du sowas sonst nicht zu sehen bekommst. Aber das ist die noch nicht gewesen, die ich meine. Aber die ist auch bekannt. Nee, da wird es ja noch nicht. Ja, das ist doch wieder, wie das Zeichen ist aus der Wikingerzeit und so weiter. Ja, das Bild ist scharf, auf jeden Fall. Leider nur 720. Bei mehr habe ich ja nicht, sonst wäre das Ding schon durch. Wenn das bei YouTube schaut, oben rechts den Chat rausmachen. Und dann ist da oben rechts das Zahnrädchen. Da drauf, dann seht ihr Wiedergabe irgendwas mit der Angabe, die es momentan läuft. Da drauf klickt, die Auflösung. Und da kommt unten dann erweitert oder sowas. Und dann kann man dann auswählen, die höchste Auflösung, wo ich denn da einschmeißen. 720p, also reich für HD. Full HD wäre natürlich geiler, aber... Das würde hier um volle Mülle reichen für HD. Würde gehen. Den Duny Ioniq kann ich nachher noch mal zeigen, wenn wir den laden. Dann nehme ich die Kamera noch mal raus. Das Modell, was nicht mehr gebaut wird. Leider. Ne, ich bin in Norwegen. Schon lange. Ach so, Nor... ja, sorry. Jetzt weiß ich. Da ist sie auf irgendeinem Ort. So wie die beschrieben ist. Nord. Nord. R. G. E. D. 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 Aber was war denn da? Schön in der Spur bleiben in den Tropfen. Das wäre nicht so witzig. Ich muss gerade nicht lesen, weil ich probiere. Ja, ja, genau. Jupp. Dankeschön. Wunderbar. Ich kann nur überlesen. Ein bisschen, wenn ich schaße ein bisschen geradeaus. Ja, ja, ich bin aber gemeint, dass es auch noch einen Ort gibt, der so heißt. Daher. Das ist wahrscheinlich nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Das ist schön. Ich bin nicht so. aber wir fahren gerade sieben dazwischen wie gesagt Ich bin vorhin rein zufriedig an einer der ältesten Stabenkirchen vorbeigefahren. Einer der ältesten, letzten 28-Jährigen in Norwegen. Da muss ich eben abwägen, rumdrehen, da nochmal hinfahren oder riskieren, dass der Handbuch und so weiter, weil ich die muss, wie weit die weg ist. Jo, Alter. Ja, für die scheiß Versicherung, ja, ja. Wie gesagt, ich melde mich dann, beziehungsweise wir können da reinschauen. Übernachten müssen wir mal schauen, eventuell. Nein, die wird so weit die wirklich hochkommen, weil ich auf der Rückfahrt noch 3-4 Punkte habe, die ich sehen will. Davon Minimum 2. 4 habe ich mir vorgenommen, 3-4 Dinger. Das ist abhängig, wie viel Zeit ich dann am Schluss habe. Und ich habe was mitgegangen, auf jeden Fall. Oh, die Straße ist hier die Nassinger-Mitte. Und das ist Eis. Vor allem mit 90 hier lang. Ne, oder? Ne, ne, ne. Schön, Spaß. Aber das war so, wenn du jetzt die Spur nicht hälst, bis weiter zu den beiden Grenzen kommst, dann... Ja. Gibt's ne spontane Peckverformung. Ah, alles klar. Ja, Linus, das ist einfach nur sagenhaft und das wird ja noch besser. Ja, das wird ja noch... Das ist... Ja, wie gesagt, du kannst nicht beschreiben. Und wie gesagt, wenn du dir manche Häuser siehst oder irgendwie die Bauten, da warst du ganz genau aus welchem Jahrhundert das sein könnte oder sollte. Da sieht die noch mit Schild und Axt durch die Gegend aus. Aber die beiden mit denen ja... Wer sieht dann, ne? Ja. Aus Katarn oder so. Die von... Die sind ja von Katarn. Kein rein. Witzig. Wie gesagt, es wird ja nicht dabei bleiben, dass ich hier das Stubb, diese Straßenfahrer... Also nicht, ob das dermaßen in den Finger hier einfach nur rechts ist, einfach mal abzufahren und zu gucken, was da so ist. Einfach blind. Aber wie gesagt, ich will erstmal so weit wie hoch. Wie es geht nach oben rum. Und dann auf der Rückkehr kann ich entscheiden, wo ich fahre. Was ich mir noch anschauen will. Und... Ich hab wie gesagt schon bereut, dass ich schon vor ein paar Jahren eine Fahne habe. Ich fahre am Norden auch. Genau. An der Kiste. Über Nahweg. An der Kiste. 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 Schaut mal bitte auf. An der Kiste. An der Kiste. An der Kiste. An die Kiste. Das ist eine besondere Küstenstraße. Kann man Küstenstraße einpassen. Wo den Aufruf auswirkt. Ausrufe zeichnen die da richtig groß ist. Ja, alles klar. Modane steht hier schon wieder. Das hatten wir schon mal. Warte, ein paar Kilometer. Jetzt ist der Ausbau. Elber Schnee, Elbis Eis. Was auch immer. Ja. Könnte ja auch einfach mal rechts hoch fahren. Guck mal hier links. Das ist nicht einfach geil. Die Echte Laster gerade zu sehen. Mit dem Brücken hier. Das klappt. Die ist gesperrt. Die war nicht geräumt. Da drüben könnte man mit dem Auto fahren. Leitplanke, alles da. Da oben geht die Eisenbahn lang. Ja, alles gut fahren. Das ist klar. Könnt ihr das ein bisschen sehen da rechts. Eben. Das muss man wissen. Äh. Ich schau mal. In einer Minus 14 Grad. Das heißt in 14 Grad. 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 Minus. Automatisch. Hier. Dankeschön, Richard. In 14 Grad. Ich weiß gar nicht nach hinten. Dass wir das noch nötig sind. In 14 Grad. 40 Grad, 40 Grad, 40 Grad, 40 Grad, 40 Grad. Ja, wann brauche ich sowas? Ja, jetzt zum Beispiel einer fragt. Aber die Sonne verschwindet schon da raus, ob ich das sehe. Der Schatten ist schon wieder ganz woanders, wie weit da oben. So, guck mal, 26 Kilometer noch, da guck mal ein Dompass, ein Dompass. Muss ich gleich mal eingeben, wenn ich kann, dass wir natürlich kein Team nehmen. Dann machen wir das irgendwie ein wenig. Wurscht. Da hab ich bestimmt wieder nach oben gehen, wenn du das braucht. Ja. Da. Da stehen wir da. Sind wir so 15 oder sowas? Ach, da stehen wir so 15. Ja, knapp 16. Pfff. Okay. Fantast. Das, was da ist dann so? Ich glaube, die Schoko-Karten oder so. Ich bin ja nicht verraten, da ja nicht. Ich bin ja nicht verraten. Das ist das Budget der Schoko-Karten. Ja, ich bin durch. Was ist hier? Das war's. Oh, 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 oh. Das ist das. Das ist das, was ich jetzt? Das war's. Oh, oh. wir wissen dass diese drei oder vier Wasserfälle sind, aber da kommen wir nicht hin, das ist immer anders, außer Fehlensager irgendwas. Ja, wenn wir da mal gucken, das wäre richtig geil, aber wie gesagt, die G6 kennt ja jeder mittlerweile, obwohl dieses Stück hier bin ich nicht gefahren, ich bin irgendwo anders nach gefahren, letztes Jahr, ich bin irgendwo abgefahren und, ja, schlaßengefahren, wo ich gar nichts gemalt war, das war schon ein bisschen kritisch, hart. Mal fahren. Ja, genau, 7, nicht 3. Aber 3 Jahre vor Ort ist ja heute ein besonderes irgendwie, weil das da, ich weiß nicht, die Becker scheint nie dahin. Meine Meinung. Ja. 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 Ja! Ja. Da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich muss das gleich mal anschauen. Ich kann mal schauen, wenn wir da sind, an der Ladestelle. Ich muss das gleich mal anschauen. Noch 70 Kilometer bis zur Ladesäule. Ein Hyundai Ioniq, voll elektrisch. Und das Vorface. Daher gehen wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Da schauen wir dann mal. Die Route. Heute Ioniq. Alles wunderbar. Lieber Wetter. Dann können wir da noch mal reinschreiben, wenn wir da stehen. Und ich sage, pass auf, jetzt kannst du reinschreiben. Die Route, die ich bräuchte, um die Route abstecken zu können. Dann kann ich sehen, ob es funktioniert. Das erste Mal. Das erste Mal. Die Leben schalten sich auch schon im Parkplatz. Das war gut. Das war gut. Das ist auch gut. Minus 13 Grad. Das wird langsam. Ein bisschen wärmer. Lieber so eine Witze wie der Ceramic minus 28. Das war eigentlich knackig da an der Ladestelle. Haha. Ich merke mich richtig, dass es kalt war, außen nach meiner Nase. Ja. Ich fing so leicht an, um die Nase zu laufen. Und dann hast du gemerkt, das fliert irgendwie. Ein ganz komisches Gefühl. Ja, Eigenschutz. Hoch der Krille um die Nase. Die kommen dann wieder schön parallel zur Mautstraße fahren. Aber ich denke mal, hier ist sowieso ein Mautfrei im Moment. Kommen die, äh, hier sind auch wieder riesige Schilder hier. Für irgendwelche Sehenswürdigkeiten, was es gibt. Ja, richtig. Das bedeutet, man kommt jetzt raus in den nächsten zwei Tagen. Ja. Wir sehen noch alles. Das Ergebnis irgendwann noch nicht. Äh, super. Kurz vor Donbass. D-O-M-B. Der Sechstunde. Das A bei der Krille oder die S. A wie hey. Das haben wir ja nicht Zweite vor. Da steht es. Trottal, 210, Donbass. 12 Kilometer. Auf der E6. Oder E5. Was ist der jetzt hier? Der Sechstunde. Ging unter. So steht das jetzt hier nicht. Ja, genau, im Auto ist anfühlen, die Scheibe zuzuführen. Das kam mir vor, so wie bei... Wie heißt der Film noch? Mit dem Bittersturm? Hey. Der Lubschrauber darf da mal kurz einfrieren. Nee, 6, so. Völlig, hat die Heizung auf die Scheibe gelegt und trotzdem ein bisschen eingefahren. Das sagt schon vieles aus. Und hier links, schöne Hütten zum Übernachten. Völlig gleich. Und hier links, Camping-Dick-Pops. Ja. Ja. Ja, ja. Schönen Jump-Dick-Pops. Wollt's mit mir. Ach, mit Kigge mit O gesprochen. Doppos. Du kannst doch ein Typek lassen. Nee, Doppos. Doppos, hallo. Wollt noch ein bisschen drauf? Ja, richtig. Genau. Ja, richtig. Genau. Das war, wo ich letztes Jahr auch war. Da war das das Scandic Hotel. Ganz unten am Hafen. Da gab's ja noch ein Hotel oben auf dem Berg. Da wo die ganzen Reisebusse drum herum gestanden haben. Und unten war ich dann im Hotel. Und unten. Ja, wo die andere. Ja, wo die Umschrauben einfallen. Genau. Genau da oben. Da war das Scandic Hotel, wo ich gewesen bin. Das ist ja das Zimmer, letztes Jahr 149 Euro. Mit Frühstück. Und das Frühstück war echt in der Knall, muss ich sagen. Ja, sind wir auf dem Tomau. Ja, ich kam nicht drauf. Ja, wir müssen uns unbedingt mal verständigen irgendwie. Dann gehen wir das mal hin. Ich weiß ja nicht, wer du im Netz bist. Dass ich das vergesse und so weiter. Wir haben neun Stunden Pause gemacht. Also wer es noch nicht mitbekommen hat. Wir sind am Samstagabend um 22.30 Uhr gestartet in Erte. Und haben den ersten großen Stopp mit Schlafen gestern Abend gemacht. Und wann? Gessen Abend? Heute Morgen? Null Uhr. Null Uhr irgendwas. Also wir sind komplett durchgefahren. Wie Stunden war das jetzt? 27, 28 Stunden. Also quasi nonstop nur unterbrochen durch einmal 22 Minuten. Wo wir es ein bisschen geladen haben. Wie gesagt habe ich mir, mach das ja auch ein bisschen. Ansonsten die Tour nur durch unterbrochen durch die Ladepause. Ansonsten die werden durchgeballert. Letztes habe ich es geschafft direkt bis Trondheim. Diesmal hat es nicht ganz geklappt, weil das Wetter so ein bisschen quergeschlagen wird. Und die Mühle sagen 20 Grad bei der Ladepause. Ja, und die Mühle sagen 20 Grad. Die haben uns das haben ja schon ausgekürzt oder jetzt. Nein. 143 war das Stimmlis erzählen, ne? Ui. Na, da ist es schon heftig. Minus 13 Grad. Wieder ein Grad warm. Wir haben mal gewonnen. So, 6 Kilometer noch. Und dann schauen wir mal wo es dann geht. Das Land ist echt groß. Es ist wirklich groß. Und dann schauen wir es mal so gut. 3000 Kilometer in eine Richtung. Locker. Berlin noch mehr. Ich bin ja nicht vom Süden hoch gestartet. Das ist ja noch der nächste Punkt. So, hier rechts können wir hochfahren. Ne, doch, das ist doch rein, ne? Ja. Schweden ist dann auch ein bisschen breiter. Breiter. Hast du den Wollprogramm gesehen? Mit den vier fetten Scheibenwerfern? Äh, wie geil. Wie gesagt, da seht ihr jetzt noch gar nicht, was da manchmal an den Autos für Lichter dran sind. Ich kenne das ja noch vom letzten Jahr. Da siehst du, wenn die da mit irgendwelchen Kirchen ankommen, nur noch einen riesen weißen Kegel vorn fahren. Am Himmel. Was kommt der entgegen von Fiesta oder so? Wenn du denkst, da kommt jetzt irgendwas richtig Fettes an. Nö. Da hat der diese Leiste, die unten in der Stoßstange, sondern oben aufs Dach drauf getackert. Wäre völlig geil. Oh, mal wieder ein Tesla. Oh, mal wieder ein Tesla. Lange nicht mehr. Ne. Stimmt aber. Lange hätte ich nicht mehr gesehen. Tesla jetzt an der Strecke. Ich weiß nicht, was die rechte Spur hält. Alles andere wäre fatal. Bei frecklichen Kilometern gab es hier ja nur gefühlt, oder? Ja. Wie gesagt, Rostow ist Tesla-Hopo. War sowas voll. Ne. Also sowas soll ja noch nicht gesehen werden im Parkhaus. Gibt ja ganz andere Sachen da. Stimmt. 1700? Ja. Genau. Ich bin davon zu Hause losgefahren, dann über Schweden und über. Naja. Aber es ist völlig egal, wo du hier lang fährst. Wie gesagt, ich hab auch mal Bock im Winter durch Schweden, durchs Gebirge zu fahren. Und dann gibt es ja auch eine schöne Straße oben. Das heißt eine. Irgendwie egal. Irgendwie geht alles hier oben.